Jo moine Leute, herzlich willkommen zum 20. Spieltag mit den Predictions der englischen Premier League Saison 20, 23, 24 Predictions. Los geht's alle Spiele live auf Sky Sport Premier League. Heute um 13.30 Uhr Luton Town unterliegt FC Chelsea 1 zu 5. Dann um 16 Uhr Manchester City schlägt Sheffield United 3 zu 1. Crystal Palace unterliegt Brentford FC 1 zu 2. Aston Villa und FC Burnley spielen 2 zu 2 Unentschen. Ebenfalls Unentschen geht aus Wolverham, Northern North und FC Everton aber 0 zu 0. Dann um 18.30 Uhr Nottingham Forest gewinnt 3 zu 1 gegen Manchester United. Dann morgen an Silvester um 15 Uhr FC Fulham unterliegt FC Arsenal 1 zu 6. Tottenham Hotspur und FC Burnham Merv spielen unentschieden 2 zu 2. Und dann Happy New Year übermorgen um 20 Uhr. FC Liverpool gegen Newcastle United. Das ganze geht 3 zu 1 aus für Liverpool. Herzlichen Glückwunsch. Und am Dienstag um 20.30 Uhr. Western United gewinnt gegen Wind vorbeugnet. Half Albion 3 zu 0. So das war's vom 20. Spieltag mit den Predictions der englischen Premier League für die Saison 2023-24. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergesst kein Abo. Da nehme ich das Glöckchen, das nicht vergessen zu aktivieren. Dann verpasst dich gar keine Benachrichtigungen auf diesem Channel und bis danach. Good Kick. Ciao. Ciao.